Eine Freundin von mir, sie ist 14 und hat mit dem Gebet aufgehört und fängt jetzt an zu rauchen manchmal. Was soll ich machen? Du musst Dua für sie machen und Dauer machen und sie an Allah SWT erinnern. Und wenn du ihre Bruder, Vater, wen auch immer davon informieren kannst und er sich dann um die Sache kümmern kannst, dann ist das kein Problem oder dann solltest du das sogar machen. Und wenn du ihre Bruder, dann ist das kein Problem oder dann solltest du das sogar machen.